Hey Leute und willkommen zu einer neuen Info zur Legalisierung. Leider geht es dabei nicht um Deutschland, aber das heißt nicht, dass es in anderen Ländern nicht vorranginge. So zum Beispiel in Neuseeland. Neuseelands Premierministerin hat angekündigt, dass das Volk über die Legalisierung von Cannabis abstimmen kann. Damit hält sie auch das Versprechen, das sie nach der letzten Wahl gegeben hat. In der Abstimmung werden sich die Neuseeländer für Ja oder Nein entscheiden müssen. Grundlage ist ein Entwurf, wonach Kauf und Konsum von Cannabis-Produkten erlaubt sind, wenn man mindestens 20 Jahre alt ist. Bei einem Jahr müsste die nächste Regierung, egal welche, dies auch umsetzen. Ein Beispiel nehmen sie sich daran an den Vorreitern Uruguay und Kanada. Also ich persönlich finde es echt klasse, dass die Premierministerin sich an ihre Versprechen hält und dass das Volk eigenständig abstimmen kann. Sowas würde ich mir für Deutschland auch wünschen. Aber nicht nur in Neuseeland geht es weiter voran mit der Legalisierung, sondern auch in Luxemburg. In Luxemburg wird die Legalisierung von Cannabis vorbereitet. Man will den Anbau, Verkauf und Konsum von Cannabis legalisieren. Und zur Zeit wird noch nach dem besten Modell gesucht. Eine Arbeitsgruppe sei derzeit dabei, Fragen zu analysieren und erste Schritte der Vorbereitung zu machen. Dazu gehöre auch ein ganz enger Kontakt zu den Kollegen in den Niederlanden und in Kanada. Und schon Ende Mai wird der Gesundheitsminister Etienne Schneider nach Kanada fliegen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Luxemburg erhofft sich so ein Austrocknen des illegalen Marktes und der Beschaffungskriminalität. Und die Einnahmen aus der nationalen Produktions- und Verkaufskette, die unter staatlicher Kontrolle liegen, sollen in die Suchtprävention fließen. So viel erstmal zur aktuellen Lage der Legalisierung weltweit. Über weitere Nachrichten der Legalisierung werdet ihr natürlich auf meinem Kanal auf den Laufenden gehalten. Also wie ihr sehen könnt, geht die Legalisierung in allen Ecken der Welt voran. Und meiner Meinung nach wird Deutschland irgendwann nachziehen müssen. Ich würde mich freuen, auch eure Meinung über die Legalisierungsversuche von Luxemburg und Neuseeland in den Kommentaren zu lesen. Ein Gruß geht raus an alle meine aktiven Abonnenten und diejenigen, die sich das Video hier angesehen haben. Habt alle einen schönen Tag und auf eine baldige Legalisierung. Punkt.